Ne, scheiße machen wir es nicht, aber... Hm. Na, wir machen es dann mit Erde zu. Ein bisschen Erde nehmen wir uns noch hier mit. So. Vielleicht noch einmal so ein bisschen Holz. Mal die beiden Stacks mitnehmen. Und um den Rest kümmern wir uns später. Gut. Äh, brauche ich noch irgendwas? Eimer. Eimer haben wir dort. Okay. Dann, äh, ab, ab. Ich werde es wieder schneiden, weil diese Fahrten sind ja nun doch... ...nicht so toll. Äh. Ja, ich schiebe das jetzt hier an und dann bis gleich. Hui. Bis gleich. Tschüss. Musik. Musik. Tusch. Musik. Erja. Musik. So, und wir sind glorreich angekommen. Und hier wird gerade über Fett diskutiert. Ich nenne ihn einfach nur Fett, Fedeiken, Fedeiken, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber ich nenne ihn einfach nur Fett. Aber das hatten wir ja schon in den letzten Tagen. Weißt du? Müssen wir ja jetzt nicht aussprechen. So, machen wir mal dicht hier. Und da oben ist ein Creeper. Und die Spinne da oben ist auch noch ganz famos. Das hier werden wir mal aus Sicherheitsgründen dicht machen. So, jetzt kann hier nix rein und nix raus. Und wir müssen mal eben hier das ganze Zeug raustun. Außer dem Holz und dem Glas. Aber die Eier kommen raus. Und die Erde bleibt mal auch drin. So, okay. Was ist denn das eigentlich hier für eine Musik? Das ist hier jetzt ja überhaupt nett. So, das war zu viel. Jetzt regnet das Wester. Oh nein. Spinni! Da komm ich mal hier. Da komm ich mal hier. Hallo? Ich habe hier unten gerade schon wieder was langlaufen gesehen. Oh, Dundu. Crocodile Dundu. Denn dann sind es die. So, hier unten. Na, was ruckelt denn hier jetzt so? Hexen, da kriege ich einen Melonensamen. Ha, 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 ha. Sorry, wenn ich jetzt gerade so gelacht habe. Aber es ist ja schon ein bisschen, äh, äh. Ich sing gerade über Telefon. Ich spreche gerade über Telefon mit ihm. Leute. Ihr könnt nicht einfach so eure Telefonnummer irgendwelchen Leuten geben, die ihr am Ende... Nur eine Wolle. Die ihr am Ende über... Nur über diesen, ähm... Äh, Server kennt. Das ist nicht die feine Englische. Äh, also, das sollte man nicht machen. Wie, was geht denn mit den Mobs? Äh, was geht denn mit den Mobs? Rall, Rall kannst du Regen ausmachen? Pilz. Pilz. Ja, die wollen eindeutig, die wollen einen Pilz. Zwischen Leber und Milz, passt immer an Pilz. Ha, 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 ha. So. Eine, zwei Schaufeln haben wir noch. Muss reichen. So. Okay. Nein, Alter, nein. Verdammte Scheiße, Mann. Oh, ey. Ich bring euch alle um die Kackhühner, ey. Ich weiß schon, wer das war. So ein Scheiße. Mann. So ein Mist. So ein Mist. Ich sollte hier noch einen Hexler einbauen. So, fick dich. Komm, fick dich. Geh nach Hause. So, geht doch. So, alles, was du getroppt hast. Och, Leute. Alles kaputt, ich mach. Ich bin kaputt, ich mach. Oh, hier ist schon Gras gewachsen, Alter. Das gibt's überhaupt nicht, Alter. Oh. Alter. Hotel. Ey, ich bin... Ich bin grad so ein bisschen stinkig, ja. So ein bisschen. Weil mir hier alles kaputt gemacht wird, ey. Das ist doch nicht wahr. Ist auch schon Gras. Ist cool. Ist auch schon Gras. Geil. Auch Warzen haben möchten. Fuck. Kacke mit den Hühnern hier. Wie kommen die denn überhaupt hier raus? Mann. Kacke. Das ist richtige Scheiße. Das ist wirklich richtige Scheiße. Machen wir mal hier schnell so eine billige Treppe. Regen mich das auf. AFK macht das. Bis gleich. Bis dann. Später. So, lass mal schnell noch was essen. So, wo ist denn das Einlassbecken? Da stellen wir jetzt mal eine Fackel drauf. Ach, Mist. Ich schau auch am besten mal gar nichts mehr. Ey, das regt mich schon wieder so auf hier. Jetzt könnte ich schon wieder kotzen. Danke. Vielen Dank. So. Okay. Slain by Pick, Zombie. Schade. Nehmt das, was ich sage, bitte nicht so ernst wie irgendwas. Weiß ich nicht. So. Ach, so solltest du den Regen ausmachen. So. So. Ein, zwei, drei, vier Felder. Eins, zwei, drei, vier. Genau. Hier ist das Loch. Da stellen wir mal eine Fackel hin. Äh, wir machen mal hier oben. Lol. Ha, geil. Aber droppt nur eine Wolle. Das finde ich ganz schön unfair. Geht die Sonne jetzt unter oder was? Ich habe das Gefühl, die Sonne geht. Hm. Ich hasse es, wenn es in diesem Spiel regnet. Ey, ist dort so ein Kotzen. So, rucke, 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 rucke. Ruckel, ruckel, ruckel So, her damit, her damit Danke Jetzt geht's schon wieder neue Wolle, Alter Habe 4, habe Dia 64 schon, ach Wieso droppt denn der nur eine Wolle? Das ist doch zum Kotzen Kein Wunder, dass der so schnell neue Wolle regeneriert Naja Ich hab dich im Auge, Junge Junke Oh, ich bin in die Hand, in die Hand Ist nicht so witzig Das ist sogar ziemlich doof Ähm So, dann gehen wir mal Was machen wir denn da jetzt? Könnt ich ja gar nicht Irgendjemand da, der Tag machen könnte Ah Lolle, was ist denn das? Es kommen immer mehr Leute hierher Es ist ja grausam Ist ja grausam So Hilfe, schnell Was denn? schon Ne Untertitelung des ZDF, 2020